Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mario plus Rabbit Kingdom Battle, den Donkey Kong Country DLC. Heißt der Donkey Kong Country DLC? Den Donkey Kong DLC spielen wir auf jeden Fall. Ich sammle hier mal noch die Banane. Die letzte Mission haben wir ein bisschen verkackt. Ich meine, wir haben es schon geschafft, aber das hätte besser laufen können. Aber wie dem auch sei, wir machen jetzt weiter. Ich bin zwar bei Spielen, die mir Spaß machen und das ist definitiv eins davon. So ein Completionist. Also ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, alles nochmal auf 100% perfektionieren. Aber das kann ich gerade machen. Oder wenn wir Bock haben auf die Videos, machen wir es vielleicht gemeinsam nachträglich nochmal. Aber jetzt spielen wir hier erstmal... Hey, Puzzle! Jetzt spielen wir hier erstmal so gemütlich, casual einmal durch und dann kann man immer noch vervollständigen alles. Verzau'ung. Ich bin... Ich war früher mal professioneller Papagei-Impressionist. Oder so. Aber das ist lange her. Heute bin ich nur noch Papagei. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich fürchte, diese Boote sollen böse Bananen zu den nahegelegenen Inseln bringen. Wieso? Warum glaubst du das? In dem Fass sind normale Bananen und in dem Bogen... Das ist eine absolute... Also das ist eine reine... Also da gibt es überhaupt keine Beweise dafür. Das kommt mir hier komisch vor. Gibt es hier wirklich nichts anderes zu tun? Ist hier wirklich... Ich habe das Gefühl, wir müssten irgendwie da hochkommen. Ah, Moment. Wir kommen da hoch. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ja, da war das Puzzleteil. Ha. Ich habe das Gefühl, hier wäre mehr. Aber vielleicht ist mein... Es stimmt einfach was mit meinem Gefühl nicht. Die Kanone schießt uns auch nirgends hin. Ich meine natürlich das Fass. Aber wenn der Donkey Kong will, sind fesse halt einfach mal Kanonen. Okay. Wie dem auch sei. Wir hoppeln weiter. Warte, hier war was. Zeig uns nochmal. Hey, wir sind hier nicht im Urlaub. Los, bau etwas Nützliches. Eine Bowlingbahn oder eine Burgerbude. Lass ihn doch baden. Vielleicht kann er aber auch eine Unterwasser-Bowling-Burger-Budenbahn bauen. Das wäre gut. Okay. Das ist creepy. Stell dir vor, du hast so eine auf deinem Armaturenbrett. Ich würde sofort den Bus nehmen. Okay. Oh, eine Kreuzung. Ich schätze mal, das ist der Hauptweg. Dann nehmen wir den Nebenweg. Das ist schön. Das ist schön wie hier die Spielerführung. Oh, da ist noch ein Weg. Oh, dann bin ich jetzt verwirrt. Aber ich glaube, die Bananen und auch der Pfeil hier, das zeigt uns alles so an. Okay, hier ist der Hauptweg. Wenn du einfach nur weiterspielen willst, geht da lang. Aber wenn du auf Schatzsuche bist, dann nimm doch hier den Weg, der so dezent angedeutet wird. Und da ist auch noch einer. Kannst du auch mal gucken. Das gefällt mir. Dann weiß ich wenigstens, wo eigentlich der richtige Weg wäre. Es ist nicht wie in anderen Spielen, wo man dann oft schon irgendwie so ein paar Meter den einen Weg läuft. Und dann denkt man sich so, aber jetzt weiß ich nicht, dass das der Hauptweg ist. Und dann geht man den Nebenweg. Sowas hasse ich. Aber vielleicht bin ich auch nur verrückt. Ja, wie so oft. Wie ich schon oft gesagt habe, ich bin garantiert verrückt. Aber vielleicht habe nur ich das Problem. Das muss ja nicht mit meiner Verrücktheit zusammenhängen. Welche Probleme ich habe und welche nicht. Okay, jetzt müssen wir hier dieses Rätsel lösen. Die sind teilweise echt ein bisschen knifflig. Aber jetzt schauen wir mal. Ähm. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt in irgendeiner Form weitergebracht hat. Ich weiß, wie es uns weiterbringt. Moment. Genau. Okay. Schön langsam ergibt alles Sinn. Wirklich? Tut das? Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Ähm. Und jetzt? Ich sollte mich mal drauf konzentrieren, was eigentlich mein Ziel ist. Mein Ziel ist eigentlich, mir fällt zu schwer, Schalter und Plattform zu unterscheiden. Im Endeffekt ist mein Ziel, dass der blaue Schalter gedrückt wird. Und der blaue Schalter ist hier. Moment mal, aber dann muss auch der grüne gedrückt werden. Oh, jetzt bin ich verwirrt, aber jetzt schauen wir mal. Den blauen Schalter hätten wir. Den lila Schalter auch, aber den lila Schalter brauchen wir in dem Fall gar nicht. Jetzt bräuchten wir den grünen Schalter, aber der ist hier. Und dann, wenn ich jetzt den grünen Schalter drücken würde, wobei ich gar nicht genau weiß, wie das gehen soll. Doch, ich weiß, wie es geht. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Das wird jetzt ein bisschen komplex. Jetzt drücken wir erst den gelben, dann können wir den roten drücken. Dadurch können wir jetzt den grünen drücken. Ah, und der grüne sind gleich zwei Plattformen. Okay. Jetzt können wir den lila Schalter nochmal drücken. Dann können wir den blauen drücken und das Rätsel ist gelöst. Schwere Geburt, aber lustig. Schönes Rätsel. Nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Aber ergibt sich logisch, wenn man einfach nach und nach den einzelnen Mechanikpunkten, Spuren folgt. Und Bananen-Battle-Musik gefunden. Ne dann. Dum, 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 dum. Mein Spiel ist wie ein Jungram. Okay, und jetzt gehen wir noch den anderen optionalen Weg. Also, ich schätze, dass das ein anderer optionaler Weg ist. Wir könnten hier gut einen coolen Poetry-Slam aufziehen. Wenn wir nur lernen würden, ein oder zwei lockere Jazz-Rhythmen zu spielen. Oder sie, nicht wir. Wenn sie lernen würden. Star lang? Oder da, entgegen der Pfeilrichtung. Jetzt bin ich aber sehr verwirrt. Warum denn entgegen der Pfeilrichtung? Wo sind wir denn hier? Beim Leuchtturm. Das ist vermutlich so eine Art Lichtsignal. Vielleicht, um jemanden zu informieren, wenn eine neunte Bananen-Lieferung eintrifft. Ah. Ah, mit einem Puzzleteil. Okay. Cranky will es aber wissen, oder? Wie der nah am Rand hier so, wow, runterbraust. Ich hätte ja Angst. Aber zum Glück ist da eine unsichtbare Wand, die ihn aufhält, wenn er fallen würde. Okay. Dann gehe ich mal noch... Ah, wieder ein Kistenrätsel. Aber wohin soll das führen? Hier ist eine Plattform. Eine Opfergabe. Die Eingeborenen glauben, dass Rabbit Kong sie mit Bananen überschüttet, wenn... Äh... Sie ihm all ihre Bananen geben. Hehe. Logisch. Okay, jetzt weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich schiebe jetzt mal das hier auf grün. Das ist nicht, was ich will, offensichtlich. Dann schiebe ich die mal auf blau. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie sieht es mit rot aus? Ah, ich brauche auf jeden Fall schon mal gelb. Sehe ich schon. Das ist das Rätselslösung für den Schalter. Aha. Okay. Was haben wir denn hier? Hier brauche ich grün und rot. Moment mal. Wo ist denn bitte grün? Ah, grün ist da drüben. Ich verstehe schon. Okay. Das ist eigentlich leicht. Jetzt. Geht gar nicht anders. Ah, aber jetzt müssen auf jeden Fall... Ah, ich verstehe. Glauben, oder? Ne, warte mal. Das geht auch nicht. Äh... Ah doch, jetzt passt's. Gut. Nein, es passt nicht. Da fehlt noch was. Ach, da hinten ist noch was. Ich brauche noch rot und blau. Und jetzt muss ich die nur wieder so zurückschieben, wie sie gerade waren. So waren sie gerade eben nicht, offensichtlich. Genau, jetzt stimmt's. Ausgezeichnet. 3D-Model, hopsa. Also, Trophäe. 3D-Model, hopsa. 3D-Model, hopsa. 3D-Model, hopsa. 3D-Model, hopsa. 4D-Model, hopsa. Und noch ein paar Bananen, die ins Nix führen. Da ruft doch die ganze Zeit ein Hase, hallo. Aber ich sehe hier keinen Hasen. Der verwirrt mich. Na gut, Rätsel gelöst. Dann... Gehen wir jetzt... Gehen wir jetzt... Ah, das sind die beiden wieder. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Ah, noch ein Puzzlestück. Bin schon gespannt, was das Puzzle ergibt. Wahrscheinlich ein vollständiges Puzzle. Und jetzt können wir den Hauptweg folgen. Yeah. Halt, Stopp. Doch, okay. Na dann. Ich dachte, hier könnte man runterspringen. Man kann hier auch runterspringen, oder? Ja, es geht ja eh. Noch ein Puzzlestück. Und eine Kanone, die uns irgendwo hin katapultiert. Ach so, zurück auf dem Hauptweg. Na gut. Oh je, noch ein Tor, das uns den Weg versperrt. Langsam fange ich an, diese Dinger zu hassen. Oder zu hasen. Hahaha. Hahaha. Das Tor wird von zwei Totems bewacht. Sie sehen bedrohlich aus, aber scheinen den Schlüssel für das Rätsel der verschlossenen Tore aufzubewahren. Ah, will diese großen Knöpfe gut sind? Für jedes Totem gibt es eigene Knöpfe. Und über dem Tor habe ich schon gesehen. Genau. Ich kann nicht genau erkennen, was die Symbole auf den Tafeln bedeuten. Es geht um eine Art Gleichgewicht zwischen dem, was getan werden soll und was nicht getan werden soll. Das schauen wir uns gleich an. Ich möchte nur mal gucken, ob hier links und rechts irgendwas ist. Okay, jetzt pass mal auf. Ähm. Also. Äh. Ach so, und dann ändern sich die Totemdinger. Okay, jetzt brennt eine Fackel hier. Weil hier die Krone ist. Aber was sind dann das für Symbole hier? Muss ich einfach so lange drehen, bis alle Fackeln brennen? Ist das die Lösung? Dann wäre das ein bisschen leicht, nämlich. Aha, Geheimweg. Oh. Äh. Hä? Ich muss mir das jetzt mal anschauen. Ich muss mir das jetzt mal anschauen. was ночier. Das ist der Grund, der andere August hat. Das ist auch nur ein Stück. Ja. Also. Ach so, nee. Weil die Augen funktionieren nicht zusammen mit dem Mund. Außerdem brauchen, glaube ich, beide den Mund. Ich muss noch den Mund hier ändern. Ja, genau. Okay. Wir haben es geschafft. Mann, das war leicht. Zu früh, Gefreuer. Es gibt noch mehr zu tun. Das Plakat hier sollten wir näher untersuchen. Aha. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass kein Feuer brennt, oder wie? Wenn ich will, dass kein Feuer brennt, dann sollte ich erstmal diese gezackte Krone mit dem Mund hier kombinieren. Dann ist die schon mal weg vom Fenster. Außerdem muss ich hier die Augen noch verändern. Oder ich kombiniere diese Augen mit dem Mund. Nein, er hat immer noch die falschen Augen. Mist. Ah, ich weiß schon. Dann kombinieren wir hier den gezackten Mund mit der Krone. Und gegenüber machen wir diese Augen in Kombination mit dem, ups, mit dem runden Mund. Na also. Cool. Ich schätze, die Gündekanone bringt uns jetzt in irgendein cooles Bonuslevel. Oh, yeah. Bonuslevel-Time. Hier ist es fast ein bisschen unheimlich. In der Bananenmine. Das ist wirklich so eine Bananenmine. Ja, ist witzig. Und on the top ist ein Schatz für uns. Oh, ein Rennen. Okay, okay. Dumm-da-dum-dum. Was passiert, wenn ich hier drücke? Dann fährt die Bananenlore. Bringt das was? Okay. Ich muss das höchstwahrscheinlich machen. Ich verstehe noch nicht, warum, aber ich mache es lieber mal. Ah ja, okay. Ich muss die Lore nach oben bringen. Jetzt aber schnell. Oh, nein. Yeah. Letzte Sekunde. Was? Ich muss das. Ich muss das. Hehehe. Selfie-Stick. Äh. Gouliad-Guppy. Ah, eine Spezialwaffe für Peach. Für Rabbit Peach. Gegner, die diesen Unhold der Unterwelt aus dem Wasser ziehen, werden sich fragen, wer hier eigentlich wem am Haken hat. Okay, cool. Neue Waffe. Ich mag neue Waffen. Na dann, zurück auf den Hauptweg. Kann ich da über das Netz runter? Nein. Ah, schade. Ha. Guck mal, die Möwen singen mit. Schön. Das sieht man mal, dass man sich beim Essen auch ohne Besteck die Finger nicht schmutzig machen kann. Oder muss. Hehehe. Das ist cool. So würde ich auch gern essen können. So, hier geht's zwar weiter, aber optionaler Weg schreit, danach erkundet zu werden. Ich kann jetzt alle Lilanen wegkriegen. Mein Gott, das ist aber weit. Okay, noch so ein Schieberätsel hier. Schieben wir mal eins nach dem anderen. Was hat das verändert? Alle Blauen sind weg. Wenn ich jetzt noch alle Rote wegkriege, wäre es gut. Das geht allerdings nicht. Ich kann jetzt alle Lilanen wegkriegen. Das hilft uns aber auch nix. Ich muss definitiv zwei Blöcke gleichzeitig wegkriegen. Und das schaffe ich im Grunde nur, wenn ich... Ah. Wenn ich ein bisschen um die Ecke denke. Okay. Erstes Rätsel gelöst. Das wiederholen wir jetzt noch ein paar Mal. Versuchen wir jetzt mal grün und rot... Äh, blau und rot gleichzeitig. Das dürfte kein Problem sein. Na komm, hau ab hier. So. Und jetzt den noch auf blau. Dann haben wir das auch schon. Okay. Nächste Kombination wäre dann... Grün und blau. Ähm. Grün. Oh. Grün ist aber... Grün ist aber irgendwie... Grün ist ein bisschen herausfordernder. Ja, und jetzt stehe ich da und guck, blöd. Ah, ich weiß schon, wie wir grün machen. Natürlich. So herausfordernd ist es auch wieder nicht. Aber ich muss so kurz überlegen. Das kann ich natürlich theoretisch beliebig fortsetzen jetzt. Ah, da machen wir gleich grün und rot, wenn wir es schon haben. Weil grün und blau ist viel leichter dann. Das ist gleich erledigt. Da muss ich immer dran decken, wenn ich den Jingle höre. Das Zwillingstotem. Konzept Art. Sehr schön. Hui. 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 Plopp. Und weiter. Oh ja, hier wartet Kampf 6 auf uns. Den machen wir aber erst in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Rätselfolge heute. Unerwarteterweise. Und morgen beginnt gleich wieder mit einem ordentlichen Kampf. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.